Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema der Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. So und das tun wir natürlich auch jetzt sofort und mir ist eine Frage zugespielt worden über die Kommentare in den sozialen Medien und dort geht es um folgende Frage, Nämlich darum, können autistische Menschen Augenkontakt halten oder vielmehr Blickkontakt und das ist eine sehr, sehr hochinteressante Frage, denn tatsächlich gibt es einige neurologische Gründe dafür zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Es gibt aber trotzdem Menschen aus dem Autismus Spektrum, die das können, zumindest bedingt und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass sie das lange trainiert haben und sehr stark analysiert haben, worum es dort geht. Und das bringt uns auch tatsächlich gleich zur ersten Kernfrage, Blickkontakt, wozu das Ganze eigentlich? Und hier gibt es in erster Linie zwei ganz deutliche Gründe und der eine ist neurologischer Natur und der andere hat etwas mit gesellschaftlichen Normen und kulturellen Werten zu tun und wir gucken uns jetzt erstmal den ersten Bereich an. Der wichtige Aspekt des Blickkontaktes ist es, den sogenannten mentalen Zustand unseres Gegenübers erfassen zu können. Das funktioniert, indem wir diesen Menschen in die Augen gucken und bei neurotypischen Menschen, also bei Menschen, die nicht autistisch sind, ist es in der Regel so, dass die innerhalb von einer ganz kurzen Sekunde oder hundertste Sekunde sofort einen Informationsvorschuss bekommen, wie es der Person gegenüber geht, also ob die besonders wütend ist oder ob die traurig ist oder ob die besonders glücklich ist zum Beispiel. Das sind so verschiedene Möglichkeiten dieser mentalen Zustände und wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgehen, dann hat das für uns auch einen viel, viel wichtigeren Aspekt, nämlich den, unsere Gesundheit zu schützen, also auch zu überleben. Und hierfür ist es schon relativ wichtig, dass wir wissen, ob jemand uns wohlgesonnen ist oder ob wir einer Person entgegenlaufen, die extrem wütend ist, dann macht es vielleicht natürlich Sinn, lieber die Straßenseite zu wechseln und der Situation aus dem Weg zu gehen. Tja, aber wie funktioniert das jetzt technisch? Das ist relativ einfach. In unserem Gehirn befinden sich die sogenannten Spiegelneuronen. Und über den Blickkontakt docken wir quasi mithilfe dieser Spiegelneuronen an das Gehirn des Gegenübers an. Und in diesem Moment entsteht ein ganz kurzer Informationsaustausch, den wir dann dafür nutzen können, die Situation, in der wir uns gerade befinden mit dieser Person oder das Verhältnis oder die kurze Beziehung, die uns hier geschieht, auf der Straße richtig einzuschätzen. Autistische Menschen sind in diesen Arealen aber anders ausgestattet. Das bedeutet, die Empathieleistung über die Spiegelneuronen, die ist bei autistischen Menschen eingeschränkt. Und aus diesem Grund kann es sein, dass die Menschen überhaupt keine Information aus den Augen ihres Gegenübers erkennen. Und aus diesem Grund ist es ihnen oft nicht in der Lage, wichtige Informationen aus dem Blickkontakt zu sammeln oder zu erlangen. Und aus diesem Grund entscheiden sie sich dafür, dass der Blickkontakt nicht besonders wichtig ist. Und da im sozialen Kontext der Blickkontakt auch wirklich sehr unangenehm sein kann für autistische Menschen, neigen sie natürlich sehr stark dazu, diesen zu vermeiden. Und wenn es keine Informationen gibt, die wichtig sind aus dem Blickkontakt, dann ergibt es natürlich absolut Sinn, auf diesen zu verzichten. In des Weiteren gibt es noch so Dinge wie zum Beispiel Tendenzen zur sogenannten Prosubagnosie, also Gesichtsblindheit. Betroffene Menschen, also Klientinnen von mir zum Beispiel, berichten mir regelmäßig, dass sie Gesichter nicht so gut erkennen können. Sie würden einen grauen Schimmer sehen oder sie könnten nicht genau zuordnen, an welcher Stelle jetzt zum Beispiel die Augen, die Nase und der Mund sind. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt einen guten Eindruck vom Gesicht zu bekommen. Und hier die Augen zu sehen, das ist dann schon tatsächlich ein viel, viel, viel intensiverer Blick, der aufgrund dieser Problematik gar nicht möglich ist. Autistische Menschen, die gute Anpassungsleistung erbringen und sich sehr gut in diese Norm einarbeiten können zum Beispiel, erlernen oft eine andere Art von Blickkontakt und zwar, indem sie diesen zum Beispiel imitieren oder wissen, wo ungefähr sie im Gesicht hingucken müssen, damit das Gegenüber das ungefähre Gefühl hat, dass die Person in die Augen guckt. Das funktioniert aber nur suboptimal, denn dieser Austausch, der neurologische, der findet nicht statt und das spürt das Gegenüber eines autistischen Menschen. Und deswegen fühlt sich der Blickkontakt auch immer ein bisschen unecht an. Und der zweite ganz große Grund dafür, dass wir neurotypischen Menschen sehr stark Wert auf Blickkontakt legen, liegt darin, dass wir ihn gesellschaftlich oder auch kulturell gelernt haben oder erlernt und zwar in erster Linie aus unserer Familie. Ältere Generationen zum Beispiel haben sehr, sehr, sehr starken Wert darauf gelegt, dass man anderen Menschen bei der Begrüßung in die Augen guckt. Meine Eltern zum Beispiel haben mir das immer sehr deutlich gesagt, bevor wir in einen Raum gekommen sind, eine soziale Situation, dass es total wichtig sei, Menschen die Hand zu geben und ihnen in die Augen zu sehen. Das Handgeben haben wir natürlich jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie etwas verlernt, aber der Blick in die Augen erscheint immer noch wichtig. Heutzutage ist es aber in Bezug auf autistische Menschen gar kein Weltuntergang mehr, wenn sie das nicht können. Denn heutzutage kann man auch aufklären und dem Gegenüber deutlich machen, warum jetzt der Augenkontakt in diesem Sinne nicht möglich ist. Und autistische Menschen sagen ganz klar zu mir zum Beispiel, dass, naja, wenn es eine gesellschaftliche Norm ist oder es ist ein Prozess, in dem man irgendwelche Informationen aus dem Gesicht des anderen lesen kann, dann macht der Augenkontakt für mich wenig Sinn, weil ich es auf der einen Seite nicht als wichtig erachte, aufgrund gesellschaftlicher Regeln Augenkontakt zu halten und auf der anderen Seite auch keine wichtigen Informationen daraus erlangen kann. Deswegen ist Augenkontakt oft uninteressant, aber manchmal tatsächlich auch total unangenehm für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Und deswegen gibt es auch durchaus Tendenzen, die Person einfach nicht mehr dazu zu nötigen, sondern einfach zu akzeptieren, dass sie das nicht mögen. Und das sollte doch auch wirklich kein Problem sein. Gut, und zusammenfassend lässt sich also sagen, Augenkontakt oder Blickkontakt hat zwei Gründe. Der eine ist, sich ein Bild davon zu machen, wie das Gegenüber drauf ist und damit Gefahren abzuwenden zum Beispiel oder auch empathisch auf diese Person eingehen zu können, wenn sie zum Beispiel traurig ist. Auf der anderen Seite haben wir das, was wir von älteren Generationen, zum Beispiel von unseren Eltern, erlernt haben. Man muss immer Menschen in die Augen sehen und deswegen finden wir das total wichtig. Und autistische Menschen, im Gegensatz zu mir als neurotypische Menschen, findet das teilweise niemand so wirklich hochinteressant. Und im Gegensatz zu mir als neurotypischen Menschen kann es sein, dass autistische Menschen sagen, das ist mir einfach nicht wichtig und ich finde das unangenehm und deswegen möchte ich das auch nicht tun. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Also, liebe neurotypische Menschen da draußen, denkt einmal, bevor ihr das nächste Mal mit einem autistischen Menschen in Kontakt tretet, daran, dass es halt in diesen Bereichen Schwierigkeiten gibt und dass das auch nicht böse gemeint ist und dass es hier deutliche Gründe dafür gibt, euch vielleicht auch mal nicht in die Augen zu sehen. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.